Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Arterra und ich und mein Fan mit dem Bildschirm ausgehen, scheiße, alle sind jetzt schon direkt auch, komm, alles ist natürlich auch mit dabei, wie immer, und wir sind wieder hier, und ich hab gerade eben das Ding hier noch gebaut in der letzten Folge, ähm, Puring Stand, warte mal, das Problem ist, wir haben nicht genug Dings, ähm, okay, ich mach erstmal Erde, Dum, dum, dum So, Alex Jo Wie vielte Folge ist das eigentlich bei denen? Die siebte, haben sie geschrieben Okay, okay So, die sind geplantet Ah, okay, wunderbar, die brauchen nix mehr, ne Okay, äh, ich werde hier hinten mal Dings hinmachen Mach mal kurz in deinem Ofen Eisen braten lassen, gell? Ja, ja Ich mach da auch nochmal Eisen rein Ähm So, Essen gebraten, nächstes Essen direkt rein Wir sollten da aber auch alles, machst du da nur Scheiße rein oder wertvolles? Ah, alles einfach, Diamanten kann ich auch reinmachen, weil die dürfen die uns eh nicht rausnehmen Genau deswegen, ja Na ja, bevor ich dann den dabei habe und die snacken mir die ab, weil sie sterben sollte Ja, das ist ein bisschen Scheiße Mal auch die wichtigen Sachen, die als erstes nicht so wichtig sind, aber vielleicht für spätere Aktivitäten wichtig sind, mach ich auch mal rein Den einen Ofen mach ich auch mal hier rein, oder, ich kann auch noch den einen hier hinblenden, wenn du willst Ja, mach mal den Ofen da rein Okay Den Zweiten Okay Ich hab auch mit drei Stück gemacht Deswegen, mach ich erst mal Ähm Haben wir irgendwo Eisen, ja, den Öfen, ne Ja, gut Zack Äh, ja Ich hab keine Sticks mehr, geil Äh, hier, ich hab den Stick in die Ruhe gemacht Ähm, danke Pfeil hab ich übrigens 20 Stück Perfekt Können wir uns gleich rein Wir können uns mal einen Bogen machen Ich nehm den wir uns mal aus dem Brat das mal, gell Da sind zehn Fäden drin, ne Wir können uns unbedingt einen Bogen machen Ja, dann machen wir einen Bogen Cool, für uns zwei Also für jeden, ja Ja So, ich hab jetzt auch erstmal noch ein paar neue Sticks gemacht So, Bogen hier Äh, drei Sticks Da muss ich noch ein bisschen Holz wieder nehmen Brauchst du schon, nämlich noch ein paar Sticks mehr für Bögen 16 Diamanten Pfeile nämlich mal mit raus Zack Feuerzeug 1, 1, 2, 2, 2, 2 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 So, Leute, das ist natürlich grad nicht so derbe spannend Aber das ist natürlich absolute Basic-Arbeit, die wir grad machen Na, muss aber mal sein jetzt So, hier Ich hab dir grad den Bogen zugeworfen Hier sind die Pfeile Zwölf Stück Für jeden Danke Ich mach mal die restlichen Fäden und so zurück Essen, alles das gebraten habe Also ich hab drei Stück dabei gerade noch Mehr nicht Ich hab jetzt hier erstmal das Essen reingemacht, was wir gebraten haben Lass mal, äh, wie, wie, wie machen wir nochmal diese Schälchen Ähm Für Pilzsuppen Ja Äh, nee, aber verwende mal nicht die Pilze, die einen Die brauch ich Also diese Nee, dann lass es gut Diese brauen, die brauch ich Aber Egal, dann lass es Ja, gut Egal So Apropos Dings Ich muss mir jetzt mal ein Dings machen, ne Ja, ich bezacke Aber bitte nicht da Ob er um mich rumstehe, dann Ähm Doch Genau, dann mach ich Das abhauen Nimm mal weg Dann lauf ich das hier hinten Ah, nee, ich mach das da Moment Bitte ist unten drunter keine Heimelara Ja, ich hoffe mal, dass bei mir auch keine drunter ist Aber das werde ich dann sehen Perfekt, okay Das nix Perfekt Ja, wir sorgen jetzt erstmal dafür, dass hier alles ausgerüstet ist Ein bisschen Also, dass wir hier ein bisschen Ja Das ist halt basic Das ist halt erstmal, um uns zu sichern Um uns Lava Oh, okay, klar Alex, äh Mach mal bitte kurz hier An einem Block Bleib mal kurz Wasser An einem Block Nicht rein, sondern an der Seite Dass das Wasser unten durchfließt Genau So So Aber ich hab keine Fackeln mehr, Mann Hast du noch welche? Ja, ach, mal kurz Ich baue noch einen Block ab hier Hier, komm mal Dum, dum, dum Ich such grad irgendwas Moment Was such ich wieder? Danke Danke, danke Ach so, Zucker Wir könnten uns gleich nochmal einen Zauberversauberungsdicht machen Jo, könnten wir Und könnten dann unsere Diamantschwelle verzaubern Boah, jetzt geht's auch noch Lava, Alter Leck'n Lama Ich muss meinen einen Wassereimer leider hier reinopfern Weil, da brauch ich eine Wasserquelle für Ich muss dann nochmal gleich hochgehen, am besten nochmal ein bisschen neu holen Wasser Ich, ähm, mal kurz Wie viel Wir brauchen vier Stück für eine unendliche Wasserquelle Die wir unbedingt brauchen Wir brauchen auch noch ein bisschen Sand Für Flaschen, für hier, ne, braun Wir brauchen Ich mach erstmal den Verzauberungsdicht mit dem 3D Ja, mach du erstmal Ich brauch vier Wasser für die Ach, ich brauch Papier Scheiße, Papier haben wir nicht Fünf mal Dinge Äh, vier mal drei sind zwölf Zwölf Alex Papier macht man auch aus Zuckerrohr, nur zur Info Ja, aber ich kann Kann man ja nicht einfach hier eins nehmen von dir Ich hab noch eins oder so oder zwei Ich hab schon mal die Truhe Ja, eins Ich brauch aber zwei Ne, drei sogar für Papier, gell Ja Da kriegst du drei Papier raus Scheiße Also ich werd jetzt erst nochmal Wir müssen Mehr als Hochzüchten Macht jetzt keinen Sinn Ich geh jetzt erst nochmal hoch Wir sind fast direkt an der Wasserquelle, glaub ich Ich Ähm Wir haben hier so viel Eisen, ne Ja Ich muss leider mal zwölf Eisen missbrauchen Für vier weitere Eimer Ich hab auch noch äh 48 im Momentar Jetzt noch Also Eisene Hab jetzt nämlich fünf Habe jetzt nämlich fünf Eimer gemacht Haben wir nur noch acht Ne, sechs Eisene Okay, perfekt, das ist okay Ich hab jetzt nämlich fünf Eimer gemacht Weil oben sind wir eh sicher Okay Ich hab jetzt fünf Eimer gemacht, wie gesagt Hab Dim, dim, dim Was brauch ich denn noch Wir haben schon mal 19 Gold Das ist gut Ähm 72 ist unser Ziel Für jeden Natürlich Ähm, also Essen hab ich jetzt ein bisschen So, mal Haben wir nur einen Apfel hier drin? Also der Apfel ist nicht zum Essen, ne Das ist für einen Goldapfel Ich hab trotzdem den Apfel mal dahin gemacht Ja, ich hab nur was jetzt rüber gemacht Nicht, dass dann irgendjemand frisst Wer denn? Einer von uns beiden Äh, Brian AFK mäßig Ähm Aber dann müssen wir noch mal ganz hoch Und müssen auch bei den mal bisschen Du hast meinen Eingang zugebaut Ja, sorry Aber hier Dann müssen wir auch noch mal ein bisschen Holz Äh, fällen Weil dann brauchen wir noch einen Apfel Weil ich denke mal jeder von uns Will mindestens einen Dings haben, ne? Dann kommen wir hinterlegt Dann gehen wir jetzt hoch So Ich guck mal, ob ich noch was mache Ne, gut, das war's Hab jetzt fünf Wasser Fünf Eimer mit dabei Leer Und dann können wir das machen Und ich hab ja schon Den ganzen Weg nach oben gebaut Der ist jetzt auch offen Das ist zwar nicht so gut Für die anderen Leute Aber wir können nicht jedes Mal Auf und zu machen Das dauert einfach viel zu lang Ich mach hier mal zu Nicht, dass wir uns verlaufen, ne? Äh So Achso, ja, das meinst du Klar, jetzt verlieren wir auch Wieder unnötig Nahrung Aber wir haben, glaube ich Mehr als genug Nahrung Wir haben irgendwie 30 Stück Jetzt wieder unten oder so Mehr Ich hab ja auch noch auf dem Weg Eben gerade welche Hast du die in den Ofen Die ich einfach in die Kiste Geschmissen hab? Ja Okay, perfekt Weil ich hab welche auf dem Weg Zum Zuckerrohr Äh, ja Kaputt gemacht Ist das der Endstein oder das? Nochmal Ja, das ist der Endstein Du musst ja an der Seite Weiter hochlaufen Hab ich zugebaut Ähm, hast du immer noch keine, oder was? Was? Äh, Axt Äh, ja Genau Also hier ist dunkel Hier ist ne Hüte, ne? Aufpassen Und es regnet draußen Und ihr hört das bei uns nicht Weil uns das inzwischen schon So aufgehört So abfuckt Dass wir den ganzen Scheiß ausgemacht haben Jo Ja, wir sind oben So, Wasser war da hinten Ich geh mal Wo war der Durchgang? Wir müssen den Durchgang Ehrlich gesagt Bisschen, bisschen Kennzeichen mit Fackeln Ne, ne Ich weiß schon wo der ist Der ist genau hier Du kannst hier einfach runterspringen Dann bist du hier da Ich weiß schon wo der ist Ist mir egal Mach das einfach so Ja, dann sehen es aber auch andere Wer denn? Die zwei, die da sind Ja, oder andere Leute Okay, die dürfen Ich meine doch nicht für jetzt Achso Ja Egal Fäll mal ein paar Bäume In der Hoffnung Dass du einen Apfel noch kriegst Ähm Ich hab jetzt fünf Wassereimer Das reicht Also, beziehungsweise eigentlich reicht Ne, aber damit können wir uns Auf jeden Fall unterirdisch Also unten bei uns Können wir uns Ne unterirdische Wasser Ne unendliche Wasserquelle machen So rum Zu deutsch Ich guck grad hier Was hier so rum Macht an Leuten An den Viechern Aber hier macht anscheinend Nur Scheiße rum Nicht mal Spinnen Sondern nur Skeletts Und ähm Zombies Ich hab gar kein Bock Mein Schwert an den zu vergehen Weil Von hinten kommt einer Ich bin jetzt aber Level 28 Das kann auch gut sein Ich bin 20 Level 28 Ja Ja, ich 20 Das hab ich ja nur gesagt Wenn ich So, wir haben noch 5 Minuten 38 In der Alter, halt die Alter, halt die Fresse Hat man grad voll out gehört Ah egal Man hat eh deinen Ton Egal Hört bei Ihnen nicht Weil es dein Ton war Ja, ich hab dieses Rocket Tab von der Maus Installiert Und da krieg ich halt You have a trophy Hab für irgendwas Trophäe bekommen Keine Ahnung Der abster Motherficker Oder so Scheiß Ah man Kann ich hier mal irgendwas spawnen Was uns hilft Ein Creeper Oder ne Scheiß Wie viel Hast du jetzt eigentlich geguckt Wie viel wir haben Unten an Spinnenaugen Keine Ahnung Du hast die doch Mitgebrochen Ja, ich hab die aber einfach In die Truhe geschmissen Du hast ja auch welche dabei gehabt Nein Gar keine, okay Ich guck hier grad mal Da hinten ist ein Creeper Aber Gunpowder Haben wir nur 4 Stück Ja Aber Das reicht ja auch erstmal Aber beton doch halt auf erstmal Komm her Oh, ein Enderman Weißt, dass das Problem gerade ist Hier sind 2 auf einmal Riesencreeper Ist auch ein Enderman Hat sich hier grad rumgeportet Und hier ist einer Und hier hat aber trotzdem Was liegen gelassen Danke Ich bin grad mal hier hinten Und baue hier Sand ab Weil das brauchen wir Für, äh, Glas Also für, für diese kleinen Glasfläschchen So Und meine Dings ist im Arsch geil Ah, die in ihrer Folge Ist denk ich mal vorbei Ja 7 Dann dürfen die aber noch Etliche Folgen machen Ach, die haben wahrscheinlich Ach, das waren wahrscheinlich Die, die zu dumm zum Uploaden waren Oder zu faul Wette ich mit dir So So So, wir haben noch 3 Minuten 54, Björn Ja Du machst Holz gerade nochmal, ne Ich mach mir grad mal Steinax zum Obbauen Hast du Dings Äh, wir haben 35 Äh, Sand Das reicht locker mehr Hol ich nicht, weil Unnötig Ähm Ich komme wieder zu dir dahinter Äpfel, äh, ja Ja, du brauchst noch einen Äpfel, ja Alter Ein, 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 ein Äpfel Gerade vollgeleckt hier Ein Apfel So rum Hm, ich gucke Ein Gunpowder Musste gerade mal wieder Ein Fleisch vernichten Obwohl ich nur eineinhalb Keulen weniger hatte Da hatte ich Ich bin dann nix getroppt Aber meine Herzen Waren auf sieben Deswegen Da hinten ist nur ein Creeper Alter, wie weit der weg ist Einfach nur Warum spawnen hier so Alter Genau Blitz Ja, deswegen Hab ich mich grad auch so erschreckt Danke fürs Gunpowder Finde ich sehr nett Alter Das muss doch nicht sein Es regt einen tierisch auf Auch wenn die wie das Wetter komplett auf Null haben Und man gar nichts hört Ja, es ist dann Kann sein, dass das für euch Nicht so cool ist Zum Zuhören Aber wir Fuck uns fuckt Das in der Regel Fall immer nur ab Ja, das ist wirklich so So haben wir den Ring Aber hab ich den Ring Als erstes aber ausgemaulert Weil der mich voll abgefuckt hat Ja, ich hab ihn auf 2% Runter gemacht gehabt Also Aber das war mir dann Selbst irgendwann zu laut Ähm Das kommt weg Das kommt weg Hinter mir Nö Ja, auf der anderen Seite hier Okay Fresh Wieder nix Das ist scheiße Das, die hat nicht immer was droppen Aber mit Äpfeln Hat sich jetzt noch nix ergeben Bei dir Hier ist noch ne Stimme Spinne Hier sind mehrere Spinnen Ah Wieder nix gegeben Ich bin grad noch innerhalb unserer World Border Scheiße Da Wir müssten aber langsam mal wieder zurück Oh, ich hab small grad Ich hab grad richtig Richtig Probleme 1,58 noch Ja, wir sollten mal zurückgehen Ja, ich hab grad richtig Probleme Auf der anderen Seite Der auf der anderen Seite ist auch Party Und Ende Weißt du, wie viele Leute ich da aufgescheucht hab Und ich hab nur die Hälfte davon gekillt Ich hab nur die gekillt Die effektiv sind uns was bringen Die anderen hab ich gar nicht erst gekillt So Komm, hier Kommst du? Ja Lauf mal durch Ich baue zu So So, jetzt haben wir zumindest schon mal Wasser Und wir haben Äh, ich hab Böb, böb, böb Gar nix an Spinnenaugen Und nur zwei Gunpowder dazu Ich hab auch nur einen Gunpowder Und keinen einzigen Spinnenaugen gekriegt Von Ja, aber Fäden ohne Ende Fäden kriegt man anscheinend jedes Mal Bei einer Spinnen Aber Ist gelogen Ja Aber ich hab halt zumindest zwei Stück Noch eine So, ein Fäden Faden Ja, Fäden Genau Ähm Und wir sind wieder hier at home Und ich schmeiß mal die ganze Scheiße Die wichtige ist Scheiße, die war nicht fertig Fuck Was war nicht fertig? Die Ding Ja, das ist unnötig Kann man die mit Knochen hochzüchten, ne, gell? Ähm Kannst du mal mit einer versuchen, bitte Du kannst auf Die hier kannst du auf jeden Fall nicht hochzüchten Das weiß ich Na, geht auch nicht Fuck, warum nicht? Keine Ahnung Aber ich würde dir auch mal empfehlen Jetzt am Anfang Lass uns mal noch keine Dings verschwenden Oder Nicht so viel Von dem Zuckerrohr, was hier kommt Weil wir müssen erstmal das Feld damit, was jetzt kommt, erweitern Weil sonst dauert das alles noch zwei Stunden länger Wenn wir das jedes Mal benutzen Ja, aber einen Zaubertisch brauchen wir trotzdem Ich weiß Aber die anderen haben auch einen ohne Dings gemacht, ne? Ohne Also ohne Bücher drumherum, oder? Ja, einfach nur mit Level 8 Level 8 Ja, und dann zusammen kombiniert Ja, und der Wecker hat gerade geklingelt Das heißt Das war's von der Folge, Leute Und haut rein Bis zum nächsten Mal Ciao Tschüss Und wir loben uns jetzt erst aus So Und tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal